ja hier leute und ich komme wieder zu einer weiteren folge von mit kraft geht es leid zum mit futtern spinnen juhu ich bin schon mal an Ort gegangen ich bin schon mal an Ort gegangen wo ich hier meine Neverfest zu bauen werde die ich gesagt habe mal schauen wie so würdig dass ich hier erstmal ein paar steine platzieren soll auf dem Wasser sein du brauchst immer nur gerne Festungen gell ja was wissen sonst bei Wissen Neverhaus machen was dagegen oder was? nö wir sollen wieder sechs Diamanten mehr ey alter ja nicht viel flint haben wir eigentlich weil davon verbrauchte auch viel abbaute 2000 mein Handy schon ja 620 angefangen alles klar schau mal passt mal auf hör jetzt auf jetzt weg ich hab den ganzen Scheiß jetzt erst gekratzt was kannst du das nochmal zu machen mal da mal da mal jetzt schon mal nicht so ja auch das gleiche ey wie gut da ist voll am abgeben gerade pumpe pam 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 ja nein die brauche ich meine Minenbohr sehr kank ich glaube das ist das erste mal dass keiner von euch beiden sich beschwert hat will unbedingt jetzt was mit Technik gebaut haben ne ich mach jetzt ähm unsere Lavaausstoß erhöhe ich Lavaausstoß ich glaube wir können gar nicht mehr mehr verarbeiten ne da musst du auch vergeltereratoren ja eben drum bin dran ups also ich brauche ein Eisenrad, Eisen und ein Eisenpickax Eisenrad habe ich ja noch Glück gemacht Pickaxe muss ich mal craften Pickies oh man hey hast du gerade explizit hier war ich da das wird Sven sein wo dich trollt das ist okay ja am Tag wäre das auch irgendwie komisch wenn der Bürger da ist mitten im Wasser in der Nacht nicht mal so misgesponsert sind hier oder uns da wo ich noch mal ach deswegen könnt ihr mir vielleicht helfen das wäre nö kann ich wenn ich mich schwer beschäftigt was macht ihr denn überhaupt jetzt oder was machst du überhaupt keine Ahnung ich baue unsere Flavaversorgung nicht dich wirst du zielschießen machen oder was jungen behindert jungen behindert was machst du jungen also der tötet kack teen Ich will Kaktin Äh ne nicht Kaktin, Behindert Wie heißen die Dinger Oktopusse? Ok dann Oktopusse Ähm keine Ahnung, wie heißt denn das? Ähm das, das Tank Tank Wie mach ich denn Was Los Dum 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 Wie weit würd ich das eigentlich machen? Weiß ich noch gar nicht Was denn? Mein, äh meine Festung Oh Brauch ich Stein Oh wir haben nur wieder 52.000 Steine Ja ich hab 1.000 rausgenommen Ne nicht 1.000 aber Es ging von 53 auf 2, ne auf 52 auf 51 runter W 70 b Nääähm Na 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 Haube sie Spaß mit auch Sven, du könntest mir vielleicht helfen das wäre sehr nett von dir Sinnvoll vor allem Ja und sinnvoll Das ist auch nicht Das ist ein Creeper im Neter. Boah, aber warum haben wir so viele von den Scheißdingern hier? Creeper im Neter? Ja, ein Creeper im Neter. Neter. Bist immer noch da oben. Oh man. Können Sie mir wieder helfen? Das wäre sehr nett. Wir spielen hier ein Neumodisch. Ja. Such. Sein Deutschkupeln. Unterwasserstrom. Das ist so jung. Ich gehe mal Steine. Hier. Zwei Sticks erst einmal. Junge. Arbeite. Dankeschön. Machen wir eine große Plantage. Wie weit, wie bereit, keine Ahnung. Mach einfach. Mach einfach. Ums. Ja. Tief. so alle nähter mir pumpen den gesamten nähter leer langsam ja deswegen brauchen wir so langsam eine andere energiequelle weil lang ist dann nicht mehr was das ist übel weil mich jetzt den output noch erhöhten output noch erhöhen will im bin im 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 Oh ja. Fettig. Voll fertig. So, Leute, was ist denn hier mit Technik und so? Brauchen wir noch nix. Wir brauchen einen Endertank. Wir brauchen einen Endertank. Wir brauchen einen Endertank. Und zwei... Und drei Redstone-Pumps. So, drei Redstone-Pumps, damit fang ich an. Die sind nämlich Geschenk. Redstone-Engine, oder? Ja, pumpen halt. Ja, Engines. Pumpen, Junge. Auf. Da musst du pumpen. Ja, pumpen, Junge. Ich hab mal den Raum so groß gebaut, dass wir nochmal eine Pumpe aufstellen könnten. Alles klar. Läuft bei dir. Sicherheitshalber, weil wir noch mehr Energie brauchen. So, die drei habe ich. Was war es noch? Zwei Endertanks. Und mindestens zwölf, äh, Generatoren. Termalgeneratoren. Wir haben genug Engines, glaub ich. Die müssen wir uns einen Gnomen bauen. Was machst du jetzt eigentlich, Futter? Unsere Lava-Ausstoße erhöhen. Ah. Hab ich doch gesagt. Nicht zugehört. Ich merk's. Ich merk's. Passiert noch? Nur bei dir ist es normal. Ja. Eins, zwei, drei, breit. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Weiße, jetzt muss ich den Raum da unten vergrößern. Hey, ich hab'n Backe voll. Hey, los ihn aus. Hey, los ihn aus. Ja, locker aus. Einer, play, trot. Fünf, ist powder machen. Und noch zwei, play, trot. Kann jemand Regen ausmachen? Ich wüsste nicht. Regen nervt. Hm. Bitteschön. Bitteschön. Scheißegal. Langsam werde ich immer besser mit den Befehlen. Ja, die sind ja auch so schwer. Nauze. Das ist ja ein Mensch wie du, Futter. Verstehe ich das. Schwer ist. Haben wir jetzt schon. Zähm' nochmal. Nice. 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 Nicer, da ist er. Warum geht das nicht? Ja. Cool. Jetzt geht's. Frag Google. Ey, cool. Das crafting Rezept funktioniert, der Bug. Allerdings zeigt er dir nicht an, dass er funktioniert. Sondern du klickst in ein leeres Feld, aber es kommt das raus, was du haben willst. Okay. Geil, oder? Ja. Was sagst du sofort in den nächsten Tagen? Nächsten Tagen? Ähm, arbeiten. Deine Mutter. Ah, meine Mutter. Ich glaube, das wird nur schlafen. Sven ist krank. Also, das weiß ich schon lange, dass er krank ist, aber jetzt ist er noch mehr krank als krank. Ja. Leider. Ach du Scheiße, jetzt habe ich die Verkabelung... Ach so, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe Mist gebaut. Wie immer. Ah, fuck you, Leute. Irgendwas stimmt bei der... Fick dich, Leute. Alles klar. Ja. Irgendwas stimmt bei der Verkabelung nicht, die du gerade gemacht hast. Beim Stimmen allgemein das noch nicht. Bei dem Blogger. Ja, ich brauche auf jeden Fall mehr Diamantkabel. Wenn du die Ender-Tanks hast, sagst du es mir, Sven. Ja, das wird sie nie haben. Ja. Deine Mutter, ey. Das muss ich noch Coltrin bauen, ich habe keine Ahnung mehr, wie man Coltrin baut. Weißt du schon Coltrin? Und du schleppst das Wasserbecken. Wir können alles rumwenden hier. Ah, this is not enough. Oh, ich habe drei Ender-Tanks. Und das System. Ja, danke. Die Verkabelung bei Demo. Ne, brauche ich eigentlich gar nicht eine Verkabelung. Aber wie geil ist das, dann spare ich mir Kabel. Sven denkt jetzt wahrscheinlich, nein, keine Kabel. Also so, dass du Kabel bauen willst, eigentlich. Nein, eins fehlt mir. Das ist doch kacke, eins fehlt. Oh, scheiße, ne? Was? Was für einen Generator brauchen wir? Thermal-Generatoren, eins, zwei, drei, vier, 16 Stück brauchen wir davon. Geothermal? Geothermal, ja. Toll, 16 Generatoren darf ich dafür bauen. Ja, wir haben, glaube ich, Rumszeilen haben wir da. Was man braucht, ich brauche nur Transportpipes. Transportpipes, Goldentransportrohr, ne? Waterpipes. Also bei mir leckt das aber auch ein bisschen. Der, der immer die Blöcke sitzt, immer nicht. Ach Gott, einmal auch gar nichts mehr. Da muss passen, Verzögerungen. Alter, oder gehen weg und tauchen wieder auf. Nach einer Millisekunde. Millisekunde mehr. Goldenes Wasserrohr. Goldenes Transportrohr und Dichtmaterial. So, ich glaube wir haben es. Also, ich nicht, aber die Zeit hat's. Auch Dichtmaterial, haben wir nicht. Haben wir Kaktus. Wir haben auch keine Kaktusse. Nein, haben wir auch nicht. Sven hat doch eben Kaktus, ne, Tintenfisch getötet. Tintfische, genau. Tittenfische. Tittenfische. Alle, Mann, auch die Tittenfische. Tschö. Alles klar. Juhu. Ganz ruhig mal, Leute. Ja, genau das wollte ich sagen. Dulu. Ah, verkackt hast du das. Du hast verkackt, Alter. Deine Mutter, ne. Dulu. Dulu.